Wunderschönen guten Morgen liebe Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem weiteren News Video von mir auf meinem Kanal. Es gibt fantastische Neuigkeiten und zwar, wie ihr hier schon unschwer erkennen könnt, hat die Burning Crusade Beta gestartet. Die allerersten, die gestern Nacht in die neue Beta, in den neuen Content starten konnten, waren natürlich die größeren amerikanischen Streamer, Asmongold, StaySafe, Asfin und so weiter, haben natürlich alle wieder einen Beta-Key bekommen, PayWars auch am Start und auch einige Leute von den Apes natürlich auch. Außerdem sind auch einige Deutsche mit dabei, Mitashi unter anderem, Kimo, Akitos und einige andere haben einen Key bekommen und können quasi in den nächsten Wochen in die Burning Crusade Beta reingehen. Es gibt schon so ein paar Erkenntnisse, die man gestern Abend bekommen hat. Ich werde aber nochmal in den nächsten Tagen ein Video machen zu den ganzen Dingen, die man aus der Beta lernen wird, dass wir quasi einfach so ein bisschen darauf eingehen, welche Dinge quasi jetzt wirklich bestätigt werden können in der Beta und welche eben nicht. Aber das dauert einfach noch so ein paar Tage, bis die Leute natürlich die Sachen herausgefunden haben. Momentan kann man nämlich auch nur bis Level 64 in der Beta leveln. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch nochmal ändern. Dann. Blizzard hat zu der ganzen Thematik auch etliche Blue-Posts rausgehauen, die ich euch natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Zum Beispiel hier zu dem offiziellen Beta-Start. Der wurde quasi hier offiziell wirklich angekündigt auch und hier wird quasi nochmal erklärt, wie man denn eigentlich bei der Beta teilnehmen kann, wenn man quasi ausgewählt wurde. Also ihr müsst quasi einfach euren Launcher aufmachen und dann unten auf diesen kleinen Reiter klicken bei WoW Classic und dort müsste dann irgendwo was von Burning Crusade Beta stehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann habt ihr leider noch keinen Invite bekommen. Eine weitere interessante News war, dass man ja dieses komische Mount hier gefunden hat in der Datenbank von Burning Crusade irgendwie. Und da hat man jetzt weitere Infos gefunden und zwar gibt es anscheinend eine Art Burning Crusade Classic Deluxe Edition, die man sich dann irgendwie kaufen kann am Anfang von Burning Crusade. Das ist zumindest die momentane Vermutung der Data Miner. Man kann irgendwie dann so eine Art dunkles Mini-Portal bekommen und so ein Spiel, die dann ins Pfad, wodurch irgendwie so eine Flammenspur entsteht, wenn man irgendwo lang geht. Und das dunkle Portal ist einfach ein Ruhesteinersatz, kann man sagen. Man hat also keine krassen Vorteile im Spiel, sondern einfach so ein paar kleine nice Geschichten und eben halt dieses neue Mount hier. Hier sehen wir auch nochmal den dunklen Portal Ruhestein in Action. Es erscheint quasi so ein dunkles Portal um euch herum, wenn ihr euren Ruhestein aktiviert dann. Und hier, das ist quasi der Flammenpfad, der unter euch dann entsteht. Das heißt für Leute, die einfach Bock drauf haben, können sich dann dieses besondere Burning Crusade Deluxe Pack quasi kaufen und haben dann eben dieses besondere Mount. Und ja, finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm, wenn wir so einen Mounted im Spiel haben. Mein Gott, es passt auf jeden Fall zum Design von Burning Crusade. Man hätte es nicht auch alles sparen können, aber weiterhin schlimm finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja Leute, die Beta hat gestartet. Ihr seht es, Asmogold geht natürlich wie immer als Erster in die ganze Nummer rein. Und ich habe keinen Beta-Key bekommen an der Stelle, von daher sad faces in die Kommentare mit an der Stelle. Mal gucken, ich glaube nicht, dass ich noch einen bekommen werde, aber ich freue mich auf jeden Fall für jeden, der jetzt schon in den Beta-Content rein kann. Und werde mir natürlich auch in den nächsten Wochen sehr viel von dem Content nebenbei anschauen. Die letzte kleine Info, die ich euch vielleicht an der Stelle noch mitgeben möchte. Man hat meines Wissens nach in der vergangenen Nacht schon herausgefunden, dass die Zulgurub-Coins nicht funktionieren, um hochzuleveln in Burning Crusade. Und von daher, falls ich mich da irren sollte, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, aber anscheinend soll diese Leveling-Methode nicht funktionieren. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal eine gute Geschichte. Das habe ich schon gesehen, dass tatsächlich einige schon wieder irgendwie über ZG-Runs hochleveln. Keine Ahnung, vielleicht sehen wir wirklich eine Mage-Boosting-Meta auch am Anfang von Burning Crusade wieder. Keine Ahnung, ist aber letztendlich auch egal, finde ich. Lasst die Tryharder, Tryharden, wie sie Bock haben, Leute. Die werden einfach entspannt ins Spiel reingehen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es alles weitergeht mit Burning Crusade. Ich denke, der Beta-Chart ist ein guter Zeitpunkt. Und dadurch bleiben wir so ein bisschen in dem groben Zeitplan drin, den wir alle so ein bisschen uns vorgestellt haben, denke ich mal. Ich denke, Pre-Patch am 18. Mai macht absolut Sinn momentan. 4. Mai Release, äh, Moment, Moment, ja doch, auch 18. Mai. 4. Mai Release halte ich für ein bisschen abwegig mittlerweile, ist ein bisschen zu früh. Aber ich denke, Ende Mai oder so Anfang Juni, Mitte Juni für den Release wird dadurch immer wahrscheinlicher, wenn man so ein paar Wochen Beta-Start mit einkalkulieren, äh, wenn man so ein paar Wochen Beta einkalkulieren und eben so ein, zwei Wochen, wo Blizzard dann quasi nochmal Dinge ändern kann, die in der Burning Crusade Beta quasi herausgefunden worden sind, wo noch irgendwie Sachen verbuggt sind und so weiter. Ja, das war die News, Leute. Ich bin unglaublich hyped auf Burning Crusade und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Defiler. Ciao, ciao. Untertitelung des ZEB.